Schwarzer Kümmel Die winzigen Samen des Schwarzkümmels sind viel mehr als nur ein gewöhnliches Gewürz. Sein Öl ist so überraschend umfassend und vielfältig, schützend und heilend, dass die Menschen es seit Jahrtausenden als Wundermittel betrachten. Seit 4500 Jahren für ihre heilende Wirkung bekannt, behauptete der Prophet Mohammed vor mehr als 1500 Jahren, dass die Pflanze alle Leiden außer dem Tod heilen könne. Die alten Ägypter nannten es das Gold der Pharaonen. Die moderne Forschung hat bewiesen, dass seine mehr als 100 Inhaltsstoffe äußerst wirksam bei der Heilung von Eczemen, Schuppenflechte und vielen schweren Krankheiten wie Diabetes und Krebs sind. Die moderne Wissenschaft erkennt den Schwarzkümmel als eines der stärksten natürlichen Arzneimittel an. Schwarzkümmel ist sehr wirksam bei der Behandlung von verschiedenen Arten von Allergien. Traditionelle Medikamente reduzieren die Symptome von bereits entstandenen Allergien, während Schwarzkümmel eine gute Möglichkeit ist, diese Symptome gar nicht erst entstehen zu lassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017